Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Ja, ich habe heute vor, wieder das Beauty Adventskalender zu öffnen. Hier steht das ja auch wieder. Und wenn es natürlich da hinten steht, dann ist das Thema Beauty Adventskalender. Genau. Ähm, ja. Äh, ich hätte heute das Video auch früher drehen können heute, aber irgendwie war bei mir der Wurm drin. Denn, ähm, weil ich hatte heute eine Frühschicht gekriegt von 10 bis halb 4 und dann dazwischen hatte ich noch ein bisschen was erledigen gehabt. Im Mund rausgewiesen und, und, und. Und dann ein bisschen schon aufräumen und ja, es ist leider schon kurz vor Filmeabendzeit und ich dachte mir, ich werde jetzt mal schnell das Video drehen, bevor mein Film heute anfängt. Und, ja. Weil wenn ich dann jetzt das Video drehe, also gegen Film, Filmzeit da, dann verpasst ich ja den Anfang, das ist dann nicht so tolle. Ähm, genau. Deswegen dreh ich das eben jetzt und dann kann ich mich auch gemütlich machen und noch schnell eben, ähm, ja, mich um, also mich umziehen und, ja. Genau. So. Ja. Wir fangen jetzt mal direkt an. Also ich hab jetzt nicht so viel wieder davor zu erzählen. Ich hatte wieder eine Frühschicht. Dann hatten wir eine kleine Weihnachtsfeier gehabt mit Bewohnern. Ein Abschied leider gefeuert. Ja. Ein Abschied von einer Kollegin aus unserem Team. Äh, vom Sozialdienst. Und, ja. Die, äh, verlässt uns, weil sie irgendwo in der Nähe einen anderen Job gefunden hat in ihrem Bereich. Und jetzt brauchst du nicht allzu lange fahren. Aber, naja. Jo, schade eigentlich. Aber gut. Was will man machen, ne? Jo. Aber dann meine liebe Kollegin. Ja. Ja. Auf jeden Fall hatten wir eine kleine Weihnachtsfeier. Und dann hab ich noch mit den Leuten ein bisschen Kaffee getrunken. Und dann bin ich abends nach Hause gegangen. Und, ja. Mehr war dann nichts mehr. Morgen schaue ich aber mal, dass ich morgen früh oder morgen Vormittag, ähm, das Video dann drehe für das nächste Türchen, weil ich am späten Nachmittag verabredet bin. Auf einer Geburtstagsfeier meines guten Freundes. Und, ähm, dann dachte ich, komm, was du dann morgen, hab ich schon überlegt, so entweder morgen früh oder am Vormittag. Weil, dann habt ihr das nämlich schon mal da. Und dann brauch ich mir nicht so große Gedanken machen, dass ihr das Video nicht habt. Äh, ja. Genau. Wenn, ich hab dann gesagt, wenn mal was riesengroßartiges, irgendwie was passiert, dann werde ich uns schon Bescheid sagen. Aber ich guck, dass ich spätestens morgen früh oder morgen Vormittag das Video mache. Dann, äh, hab ich's dann schon mal fertig. Und ihr habt auch ein Video von mir noch im Petto. Ähm, genau. Ja. Wir fangen jetzt einfach mal direkt hier an mit dem Kalender. Es ist ja nicht mehr lang. Sag ich eigentlich jedes Mal, ne? Ist nicht mehr lang. Aber es ist wirklich nicht mehr lang. Also, ja. Auf jeden Fall haben wir heute den 18. Dezember. Und das ist hier unten. Und das machen wir mal eben kurz auf. Das ist hier schon teilweise eingerissen. Weil das hatte ich, äh, gehabt, als ich das gekauft habe. Aber, äh, blöd wär's ja, wenn das ganz kaputt wäre, ne? Dann hätte ich die Hälfte des Preises verlangen müssen. Ja. Okay. So, jetzt machen wir mal eben auf. Ich guck jetzt wieder zur Kamera. Das ist jetzt schon direkt auf. Und wir machen das ein kleines Stückchen wieder zu. Dann müssen wir das zusammen natürlich aufmachen. So. Ich halte das mal so fest. Wie so diese, wie heißen die Rapper? Die ihre Rekorder da auf der Schulter tragen. Ja. So, dann machen wir das mal eben auf. Und... Ui. Da ist aber bestimmt jetzt was runtergefallen. Haben wir jetzt nicht gesehen. Mal gucken. Das war bestimmt jetzt das, äh... Das war Türchen Nummer, ähm, 21. Also... Ich hab nix gesehen. Also, wir haben jetzt nur dieses, äh, Produkt. Dann kann man mal sehen, dass da irgendwie was nicht richtig, ähm, geschlossen war. Gut, dass ich reagiert habe. Kann passieren. Aber ich hab wirklich nix gesehen. Also können wir eigentlich schon sagen, ab dem Datum kriegen wir so ein Blättchen. Naja. Okay. So. Also wir haben eine Creme. Jetzt müssen wir nur gucken, was das für eine Creme ist. So. Und wir haben eine Creme von LACOM. Das ist die Regenery Multi Lift. Die Anti-Faltenpflege mit Lifting Effekt. Ja. Ja. Gesicht sagt schon alles. Ähm, aber ich hab eigentlich... Also von dem Kalender hab ich eigentlich ein paar Produkte, die ich super finde. Also ich hab ja schon teilweise auch schon wieder ausgetestet. Aber... Anti-Faltenpflege... Okay. Ich könnte mir das vorstellen für Augenfältchen, aber... Also so Falten hab ich nicht im Gesicht. Aber eher vielleicht ein bisschen für müde Augen oder so, aber... Na gut. Alle gucken trotzdem mal rein. Dann muss ich mal gucken, ob meine Mama das will. Oder ich nur für Augenringe und hier so Augenfelschen oder so. So sieht das Tübchen aus. Ja. Gesicht sagt schon alles, ne? Ja. Mal gucken, was in der nächsten Türchen ist. Morgen ist die 19 drin. Da schauen wir mal, was wir da haben. Mal gucken mal. Das ist eine sehr, sehr, sehr feste Konsistenz. Riechen kann man ja mal. Es kann sich auch gut verteilen lassen. Ja. Riecht typisch nach Creme. Ja. Juh. Juh. Jut, Jut. Mhm. Aber hier steht nichts... Deutsch ist, ich denk mal, eine Anti-Falten-Creme. Ja. Auf jeden Fall, das hab ich ja mein Gelände. Können die nicht irgendwie... Ich find zwar schön, dass ich eine Kohlenbratensache hab, Biotherm und anderes, aber... Warum bringen die Leute, die das halt gerne machen... ...zu uns? Weil mehr Sachen für jüngere Leute reinbringen statt... Ja. Oder irgendwie sagen ja, das ist für ab... Weiß ich nicht. So und so viele Jahre. Das ist dann so und so viele Jahre. Also... So... Halt so eine Sparte. Wisst ihr, wie ich das mein? So eine Jahressparte. Das ist ab. Der Kalender ist ab 20, ab 30, ab 40, ab 50. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja. Das wäre mal eine super Idee für die Industrie, die sowas machen. Ich bin... Also ich mecker ja natürlich nicht über den Kalender. Ich find's ja schön. Aber... So eine Jahressparte. Ab 20, ab 30, ab 50. Wäre ja mal nicht schlecht. Oder dass man sagen könnte... Diese Woche... Oder in den kommenden Tagen gibt es einen Kalender für... Frauen oder Männer ab 20, 30, 40. Wäre ja mal nicht schlecht. Ja. Gut, gut. Also ich hab jetzt wieder mal... diese Creme. Brauche ich nichts weiter zu sagen. Packen wir gleich wieder in die... Kiste rein. Und ich guck mal, ob ich... Also ich teste schon einige Produkte, die ich... habe. Andererseits werde ich die dann halt... wenn die über sind, dann halt verschenken. Aber ich mach trotz allem so eine kleine Review auf jeden Fall. Das mach ich denn schon. Und ja. Das war's. Jetzt kann ich gleich mein Abendprogramm gucken. Ja. Ich gucke nämlich in zwei Teile. Ich bin immer noch Harry Potter Fan. Und da kommt der erste Teil. Und ich könnte mir das rauf und runter, rauf und runter gucken. Ich liebe diesen Film. Obwohl einige Stellen sind schon sehr gemein und mich betraurig. Und ja. So. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns dann morgen. Morgen. Auf alle Fälle. Also morgen früh. Oder am Vormittag werde ich das dann weitermachen. Damit ihr schon mal so einigermaßen Bescheid wisst. Und ja. Wir sehen uns das nächsten Mal. Tschüss.